Herzlich willkommen zur heutigen Folge auf der KTM Thüringen. Wir werden jetzt unsere Gerätschaften reparieren. Unseren neuen Servicewagen bei Bedarf auch volltanken. Wenn der Tank nur Viertel leer ist, tanken wir nicht, wollen wir dann blödsinn. So groß sind unsere Reserve ja auch nicht. So, die braucht ihr das Menü. Zweckermarker, Abschalten, nächstes Werkzeug, Servicemenü. M. Das ist typisch, links ist da drin. Aber wir können dann fangen wir es tun, wie wir mal gleich den Neben und einsteigen und den roten Bereich, weil das rote ist, damit es entsprechend für unseren Drescher drin sein kann. Dann kann ich die reparieren. So zum Beispiel. So. 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 Parieren. Das ist nicht drin. Ist nur.. ... ... ein werk zu groß das können wir ja das meiste okay in der fähre für die ernte mit einig kommen ohne auch nicht. Das heisst, jetzt müssen wir mal erstmal den alten Kurs löschen. Ein bisschen laufen. Mal schauen, unser Auto keinen Schaden machen und trotzdem im grünen Bereich kommen mit beiden Geräten. Schon Schaden gemacht, aber ist egal. Sieht ganz gut aus, wie der Wind da hinkommt. Dann haben wir uns festgelaufen hier. Auf den Kopf gestorben. Aua. Der muss im grünen Dings an sein. Dann sind auch nichts. Ach, verkaufen nicht. So, das wird auch repariert. Die Erntebrigade ist bereit. Aber noch geht nicht los. Dann haben wir... Ein Stückchen freigereffen, dass wir mit dem Führungskurs einfahren fürs Lager. Feuer neu. Ja, die Auslaut klappt. Wir müssen noch mal schauen, dass wir hier ein bisschen was schaffen. Also wir brauchen keine Strom. Die Strompreise, der war so im Keller. Das lohnt sich nicht. Wir müssen nur so viel fahren, dass es mir für uns groß geht. Wir fangen mit der Ernte heute nicht mehr an. Oh, die erste Runde kann man ja eh fahren. Das heißt... Ah, kurz Generierung. 60. 2 Fahrzeuge. 30 Meter. 21 Meter. 22 Meter. 23 Meter. 25 Meter. 23 Meter. 23 Meter. 23 Meter. 23 Meter. Da ist rechts. Richtig. Das kann gleich hingehen. 23 Meter. 23 Meter. Einsteigern. Jetzt beichert er wieder. Nächste einsteigen. Das erste nochmal manuell machen. Dann werde ich gleich mal hier kurz kopieren. Der ist aber jetzt rechts. Das ist ein bisschen vorpirschen. Vom Pfeil. Wissen Sie, das läuft. Können wir mal das aufschalten. Kann man den Eimler fixen und leer machen. Sprit sparen. Wie gesagt, das ist ziemlich schnell. Die sind voll. Getreide geht schnell. Meist noch schneller. Ich war der erste. Warten ein bisschen ab. Aber da kommen wir nicht in der Herne her. Siehste, wieder eine ganze Woche rum. Muss ich mal kurz gucken. 1, 2, 4. Ich glaube wir haben wir verzählt. Eine Woche noch. 1, 2, 3, 4. Ah. Vorlesse Folge. Für den Donnerstag, ne? Das macht nichts. Das läuft ja nebenbei. Das Menü. 80%. Verkauf kriegen wir nix. Übrigens. Da ist noch keine Zeit für. Aber wenn man jetzt mal die Ernte durch ist, dann sieht ganz gut aus. Das dauert noch ein bisschen. Wir haben gerade angefangen. Die Aussage dauert 2 Stunden. 2 Stunden. 2 Stunden. Plus Nachschubkohl für Sack und Dünger. Kann man sehen, dass das nicht reicht. Das heißt, auch gut Deutsch. Also die Folge und nächste Folge. Was hat du vor? Ich habe aber keine Angst. da dkw so groß ja so ist das weil wir nur Schramme gemacht muss ja entsprechend warten das ist ja ganz gut so verbannt, das heißt sonst würde er aneim, kräftig auf gut Deutsch über den Haufen fahren das muss ja nicht sein, ne? tatsächlich nur die 8. Folge heute oder vorwärts ja, das machen wir gar nicht könnte man machen aber meistens, das geht schief ja, nun habe ich gedacht wenn jetzt theoretisch äh, die Skripte von Norikmods kommen würde dass er dann entsprechend die Karte äh, fertigstellen würde ein Ritt aber da die ja nicht kommen weiß ich auch nicht ich habe noch nichts offizielles gehört vom Modder beziehungsweise ich habe nichts gefunden im Forum bis jetzt er hat eine BGH gemoddet sag ich mal so äh, zum Download gab es noch nicht habe ich auch nicht gesehen aber ich sag mal so lasst mich kein überraschen Freunde, BGH brauche ich ja hier eigentlich nicht da die ja eine haben aber vielleicht kommt hier mal eine Karte wo man keine Objekte hat wo man alles platziert muss also kaufen ich bin platziert ganz gut dann kann ich mir auch so ein Modet haben dann kann ich mal Kontrolle machen Der zieht durch, ne? Wie gesagt, das Problem ist, dass er uns genau in der Zeit zum Schluss wachsen kann. Ein bisschen Glück. Er hat jetzt rund 30%. Ja, das ist 20%. Knapp für die zweite Runde, noch nicht fertig. Dann kann man von ausgehend, dass er noch ein Nachschub gut. Das heißt, wir sind noch zwei Stunden fertig. Aber zwei Racken schufen, das geht schon. Das werde ich erwarten müssen. Ich muss die Erde früher rausnehmen. Im Grunde bräuchte ich eine zweite Maschine, dann wird's gehen. Das heißt, wir brauchen Geld. Also, das ist der linken Traktor. Wetten zur Not. Wir brauchen die Fleiche normal. Dann kann man das entsprechend durchziehen. Meine Geld kostet ungefähr. Was für eine habe ich. Estrella 32. Fast 800.000. Taktor braucht mindestens so viel. Bei den Lkw. Hier ist der Lkw. Wo ist der Lkw? Ja, das ist aktuell. Jetzt wird es verstecken, als ich wie die Ernte auch noch gelaufen werde. hier läuft ja auch noch nebenbei machen können wir ja nicht deutsch braucht ein traktor und die maschine jetzt haben wir noch ein bisschen zurückfahren jetzt haben wir Geld und zwar nicht wenig das reicht aber auch ein starker Traktor, kein Problem ein starker Pater, also mindestens 400.000 das dürfte reichen das heißt Traktor brauchen einen Großtraktor, da können wir auch einen annehmen, so ein Fendt, ja da wäre gut, wäre auch gut oder so ein, der hat nicht so viel, er ist 422 ein Python, naja, also Python, Python, ja war aber gut Leistung 3 Meter Standard und immer Standard was daran besser ist breiter, ne aber schmaler aber schmaler ach der hat mehr oder also am besten nehmen so sehen was ihnen eine gute die gute sehmaschine also können wir das auch noch zweifel schauen gruppe feldhexter blind kann man nichts kaufen dann nichts damit so ein mist gucken wir doch gern leiden können dringend näher zurück aber wir haben die folge an der geschafft so die freunde gewesen sein dann seid mal schütze und winke schaut gerne wieder rein ich würde mich freuen sage mal danke bis zum nächsten mal tschaui